Herzlich Willkommen zurück zur World Rally Championship. Mein Name ist Klappu, jawollah, und wir gehen nach Griechenland. Da, wo die Griechen unser Geld haben. So, ab geht's. Ich hab den Ton noch etwas leiser gemacht, weil ihr gesagt habt, man hört mich kaum reden. Ich hoffe, dass das jetzt etwas besser ist. So, SS1. SS1. Was will der Löw denn von uns? Jede Rallye ist eine enorme Belastung für die Wagen. Für die Wagen. Für den Wagen. Aber auf einem Zitrönen ist Verlass. Ich glaube nicht, dass wir an der Front Probleme haben werden. Nein. Bei der traditionellen Akropolis-Rallye in Griechenland, mit den staubigen Bergpisten und den steilen Downhill-Passagen in Richtung Meer, müssen in diesem einzigartigen Rennen selbst erfahrene Fahrer jedes Mal wieder bis an ihre Grenzen gehen. Tja, sehr schön. Ich finde, die Menschen, die am Außenrand stehen, das sieht ein bisschen doof aus, ne? So. Polo-Power! Oh! Rechts, drei. In links, fünf. Und rechts, fünf. Bodenwelle. Dann links, zwei. Rechts, drei. Und links, zwei. Öffnet sich drei. Lang. Links, zwei. Hinter Stein. Auf Kuppe. Oh. Rechts, zwei. In links, drei. Dann links, zwei. Scharfe Kurve, zwei. Öffnet sich. Und vierzig. Links, zwei. Schneide. Ja, 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 ja. Rechts, drei. Und links, drei. Verengung. In links, zwei. Harnadel rechts. Ankämpfe. Harnadel rechts. Ich hätte hier Harnadel links auch mal machen können. Ja, setzt mich zurück. Rechts, zwei. Da kann aus. Dann links, drei. Oh. Oh. Rechts, fünf. Scharfe Kurve, vier. Schneide. Dann rechts, vier. In links, drei. Oh, je, 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 je. Rechts, vier. Verengung. In links, drei. Auf Kuppel. Mal ganz kurz. So, ich muss den Ton etwas lauter bei mir hier machen, weil ich höre gar nicht, was der sagt, der Pille, Mann. So, jetzt aber. Links, drei. Schneiden. Vierzig. Harnadel links. In Harnadel rechts. 300. So, jetzt müssen wir aber mal anfangen, hier, äh, Zeiten zu machen. Und rechts, drei. Öffnet sich in links, vier. Aber nicht so. Eieiei. Eieiei. Harnadel links. Ah, zu viel angelenkt. Rechts, vier. Öffnet sich, fünf. In rechts, drei. Dann links, fünf. Harnadel rechts. Handrechte. Vierzig. Am rum. Und links, fünf. In rechts, zwei. Lang. Nicht schleifen. In Harnadel links. Und rechts, fünf. Lang. Dann Harnadel links. Handrechte. Dann rechts, sechs. Harnadel kurve vier. Und A-Nadel rechts. Ja, 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 ja. Machen wir. Oh, was war das denn? Keine Kontrolle gerade gehabt. Also das ist angeblich nur Schwierigkeitsstufe 3 ist nicht viel schwieriger wie die letzte. Komm doch rum! Boah, du! Na ja, wir arbeiten uns so ganz langsam nach vorne, aber alter! Der Sebastian da vorne, der knallt wieder eine Zeit dahin, das ist ja hier der absolute Börner. Und ich finde jetzt, wenn man die Fehler wegnimmt, bin ich eigentlich verdammt schnell unterwegs. Aber wenn das jetzt nicht grün ist, dann weiß ich es auch nicht. Also, Mama Mia! Ja, von 8 auf, von 9 auf 8 noch in dem letzten Sektor haben wir uns folgt, dann aber 13,87. Also, die beiden da vorne sind verdammt gut abgegangen. Das muss man jetzt ganz ehrlich mal sagen. Also, ja, Challenge 2 und 3 in dem Sinne gleich nochmal die Zeit gut machen. Aber wir holen das wieder raus, wir sind doch keine Tortenärsche hier. Das wird schon. Wir konzentrieren uns da drauf, mit den Rennzielen zu erreichen, die wir mit dem Volkswagen Motorsports vereinbart haben. Leider war Löb schneller, dieses Rennen hätte ich gerne gewonnen. Ja, hätte ich auch gerne, bin ich ganz ehrlich. Aber, naja, wir sehen aus wie so ein Mini fast, so zusammengedrückt. Aber, egal, umso kleiner das Auto, umso windschneitiger. Was für eine Logik. Boah, jetzt steht hier ein Krankenwagen. Ach, Mann. Nein, liebes Spiel, ihr müsst mich nicht zurückholen auf den Strecke. Das hat richtig Zeit gekostet. Aber was soll's. Alter. Nur beim Anbremsen sind schon wieder Strecke gekommen. Und dann machst du die Bremse wieder auf und dann kommt er nicht mal mehr wieder rum. Also irgendwie... Lautwörtlich gesagt, das Auto liegt auf der Strecke. Scheiße. Junge. Ich kann gar nicht richtig... Boah, was für ein Sonneneffekt, ey. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Oh. Naja, weiter geht's. Bodenwellen hat er da gerade auch nicht angesagt. Strecke machen. 100. Links, 3. In rechts, 3. Schneiden. Links, 3. Lang. Verhängung. Boah, wie schwer. In Fahrgabel rechts. 40. In rechts, 3. Kann nicht sein. 300. Bodenwelle. Bodenwelle. Oah, grün. Und Brems. Boah. Rechts, 4. Lang. Und rum. In rechts, 3. Scharfe, Punkt, 4. Lang. Und rechts, 4. Das wird schon. Das wird schon. In rechts, 4. Dann links, 3. 60. Rechts, 3. Oh, mich juckt's. Hahaha. Es juckt. Weiter geht's. Steine, Innen. Dann links, 2. Abhang aus. Nicht schneiden. Haarnagel links. Andrense. Komm weiter. Wieder grün. Rechts, 2. Öffnen. In rechts, 4. Oh. Ich muss hier erst wieder ein bisschen meckern. Und dann klappt es hier wieder. Und rechts, 2. Schneiden. Mann, nein. Die Scheißkarre. Fahr doch einfach auf. Ich bin das nicht. Rechts, 2. In links, 2. Und Sprung. Hinterbauch. Links halten. Dann rechts, 2. In Haarnagel. Dann rechts, 3. Und links, 2. Und nach unten. Rechts, 4. Hinterbauch. Auf Kuppel. Die Schade ist echt richtig scheiße. Die Griechen können einfach keine Straßen bieten. So ein Dreck. Haben uns trotzdem noch auf dem zweiten Platz vorgekämpft. 1,48 Sekunden. Also müssen wir jetzt 14, 15 Sekunden noch zurücklegen. Keine Gescheiße. Naja, wir kommen aber langsam und sicher ran. Aber halt nicht an den Ersten, sondern allgemein an die alle. So, South Park. Ganz wichtig. Jetzt das Auto heile machen und vielleicht läuft es dann. Das ist ein unglaubliche Rallye, das alleine schon der Sieg bei der Spezialetappe einen richtig stolz macht. Fantastisch, mehr kann ich heute über eine Zitröne nicht sagen. Pass mal auf, ich komme gleich noch, du. Dann brauchst du nichts mehr über deine Zitröne sagen. Toll, wir brauchen nur die Karosserie reparieren. Nichts kaputt gegangen beim Auto. Na gut. Reparieren, umso besser. Dann können wir jetzt in die nächste Challenge richtig reingehen. Und jetzt... Oh, da bin ich gerade gegen meinen Schreibtisch mit dem Stuhl geknallt. Der erste Tag lief schon ziemlich gut. Aber wir haben immer noch Probleme mit dem Grip in diesem Gelände. Ich hoffe, heute läuft es besser. Ja, das hoffe ich in meiner Ansicht. Auch wenn ich ganz ehrlich bin. Weil so richtig schön flockig läuft es nicht. Oh. So, Leute. Jetzt drücken wir die Daumen. Jetzt müssen wir aufhören. Und er sagt es noch. Oh. Ich finde, der hoppelt zu viel. Als wenn er zu hart wäre. Das sieht so aus, als wenn man ein Pony-Gelb-Fahrwerk in seinem V. Früher alle Leute hier einen Golf eingebaut haben. Jetzt holen wir auf hier. Wenn das jetzt keine grüne Zeit ist, dann fresse ich aber so langsam hier den Besen. Sag ich doch. Platz 1. Klappt doch. Klappt. Komm, Leute. Das Handbremse kam ziemlich spät. Aber ich habe es noch einigermaßen gerettet. links 5. Links 5. Links 2. Oh. Oh. Scheiße. Das sah so schön geradeaus aus, Leute. Oh. Wieder grüne Zeit. Nicht schneiden. 14. Rechts 2. Schneiden. Schneiden. Und mal nicht schneiden. Jawohl. Komm, 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 komm. 16. Links 5. Öffnet sich 6. Oh, nicht. Komm, weiter, 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 weiter. Uh. Nicht, 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 nicht. Immer noch zu. Oh, 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 oh. Nicht umkippen, Danny. Schön gerade bleiben. Schaffen wir. Ja. Okay. Und 6. 2. Lang. Geschafft. Ja, komm. Ah, Leute. Soll mal einer sagen, ich habe mich noch mal alles rausgeholt aus der Schüssel. Wie viel Zeit haben wir gut gemacht? 9 Sekunden. Jawohl, Leute. So sollte es sein. Insgesamt Wertung sind wir jetzt Platz 2. 5 Sekunden nur noch hinter Löw. Das sieht doch gar nicht schlecht aus, die Challenge 4, 5 und 6. Ich sage vielen, vielen Dank wieder fürs Einschalten bei World to World Championship. Mein Name ist Kabur. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.